Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier, das ist ein Ankündigungsvideo und zwar zu folgendem Punkt, denn M-Molder Video, oder mehr sagen ich, gehöre jetzt zu den YouTube Help Heroes. Was sind die YouTube Help Heroes? Das sind fünf Personen, die sich im Großen und Ganzen um euch kümmern. Das heißt, wir produzieren Videos zu sämtlichen Fragen um YouTube. Das heißt, Videoschnitt, wie bediene ich YouTube, wie präsentiere ich mich auf YouTube und dergleichen. Das heißt also, wenn ihr irgendwelche Fragen zu YouTube habt, könnt ihr diese nun uns stellen oder mehr zu sagen auch mir und ich kann dann dementsprechend auch ein Hilfe-Video dazu erstellen und dieses dann bei den Help Heroes einfügen. Wie findet ihr diese Videos? Das ist ganz einfach. Die YouTube Help Heroes Videos werden in dem YouTube Hilfe-Kanal gelistet und zwar in der deutschen Playlist. Die Playlist findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort verlinke ich sie einfach. Ihr klickt einfach auf den Link und kommt direkt zu unseren Videos. Ich werde nun auch regelmäßig Help Heroes Videos produzieren. Wie gesagt, habt ihr irgendwelches Feedback, irgendwelche Fragen oder irgendwelche Probleme, die ihr generell auf YouTube nicht lösen könnt oder wo ihr einfach nicht weiter wisst? Schreibt diese unten bei mir einfach in die Kommentare und ich versuche ein Video dazu zu erstellen und ich werde es dann bei den YouTube Help Heroes hochladen oder mehr zu sagen auf meinem Kanal hochladen und dann in diese Playlist einbinden. Ihr könnt euch auch auf den Laufenden halten über diese Playlist, indem ihr einfach die Playlist regelmäßig beobachtet. Es wird auch bald die Möglichkeit geben, diese Playlist vielleicht zu abonnieren. Somit bleibt man generell auf dem Laufenden, was YouTube betrifft. So, ich hoffe, ich und die Help Heroes, wir können euch nun bei den ganzen Standard-YouTube-Problemen weiterhelfen und sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.